Und er beschreibt diese Spannung, die Spannung zwischen Karfreitag und Ostersonntag, zwischen Leiden und zwischen Kraft. Schön, dass du da bist. Wir wollen uns in diesen Tagen auf die Passion Jesu und auf Ostern, auf das Fest der Auferstehung, einstellen. Das ganze Christsein findet ja in dieser Spannung statt, zwischen Karfreitag und Ostersonntag, zwischen Kreuz und Auferstehung, zwischen Leiden und Kraft. Paulus schreibt in seinem Brief an die Philippa davon, Kapitel 3, Vers 10, und das ist ein ganz wichtiger Vers, da beschreibt er, worauf sein ganzes Christsein hinläuft. Und er schreibt, Christus möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das große Lebensziel des Paulus ist, Christus möchte ich erkennen. Erkennen ist hier im Hebräischen sinnverstanden und meint viel mehr als nur ein intellektuelles Erkennen. Es geht um ein Wahrnehmen, um ein völlig Erfassen und um ein Einswerden mit dem Gegenstand, der Erkenntnis mit Christus. So möchte Paulus Gott erkennen, immer näher zu ihm kommen und Eins mit ihm werden. Und dann beschreibt er, was er denn da erkennen möchte und was denn das ausmacht. Und er beschreibt diese Spannung, die Spannung zwischen Karfreitag und Ostersonntag, zwischen Leiden und zwischen Kraft. Diese Spannung dürfen wir in unserem Christsein niemals auseinanderreißen. Ein Christsein, das die Kraft der Auferstehung ohne die Gemeinschaft der Leiden sucht, landet immer in einem schwärmerischen Triumphalismus, der sich geistliche Erfahrungen schönreden wird und letztlich an der Realität scheitert. Auf der anderen Seite aber ein Christsein, das die Gemeinschaft der Leiden ohne die Kraft der Auferstehung sucht, landet in einer Depression. Es erlebt nicht den Sieg vom Ostersonntag und es erlebt nicht die Kraft Gottes in seinem Alltag. Und deshalb gehören Karfreitag und Ostersonntag untrennbar zusammen, in ihrer Spannung zueinander entfaltet sich unser Glaube. Denk doch mal darüber nach, was das für dich in deinem Alltag, vielleicht heute an diesem Tag bedeutet. Beides zu erleben in dieser Spannung, die Kraft und die Kraftwirkungen der Auferstehung, den Sieg von Ostern, aber auch gleichzeitig die Leiden Jesu in dieser Welt zu teilen. Schön, dass du dabei warst beim ersten Clip, beim ersten Impuls. Bleib gesund!